ja okay irgendwas raucht da wenn er umläuft das ganz ganz strange ich hatte eine fackel an das kann natürlich sein ja jetzt nicht daran gedacht dass er keine lampen oder so hat ja das ist so positiv leitstelle ende ich sehe natürlich die silhouette wenn er oben raus kommt das ist natürlich genial heißt aber nicht dass ich treffe nachts meine silhouette dürfte nicht sehen also alles jetzt ist er wieder ein stückchen oben ich sehe da durch die durch die schlitzer ein bisschen wo er ist also im oberen stockwerk nicht ganz oben ich denke mal der baut rüstung und kraftet sich noch schuss ich habe mir auch gedacht ich ziehe mir dann die platten rüstung an zum welt ja und gehe dann einfach als freundmann vor ja ich sicher erst mal vom tower ab bist du schon zu hause da ist eine base gegenüber dir da ist jemand drin da an dem stein da brennt eine lampe ja genau vor deiner ausgangstür linke seite da ist doch so ein stein er ist oben ja er ist draußen er ist draußen jetzt daneben noch mal hinternehmen hinternehmen ich glaube ich habe ihn einmal ist er wieder drin ja es werden nur 7 c4 ich bin über die ich komme das reicht schon an der süd er ist wieder rein ja ja 7 c4 wärmer nicht weit kommen würde ihm aber wehtun da unten oben die tür ist wieder zu zurück zu unserer base da bin einmal getroffen habe ich da drüben brennt immer noch licht na ja ist der ofen der läuft ne 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 beim russock also ich habe drinnen licht an bei mir ne 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 da ich schau mal nach links jetzt das ist so ein stein und so nehmen noch nicht nach links kommen so ein stein und eine base ich komme mit zum supermarkt dann sei vorsichtig ja ich sehe dich seh deine fackel hast du fackel ja ja ok sei vorsichtig ja hoffentlich krieg ich den scheiß mauszeiger jetzt nicht grünes licht oder was da immer da ist russisch du warst immer ganz nett aber bloß weil du mal stimmst du gleich wie ein mädchen gleich flenst du mit ich bin jetzt hier im supermarkt supermarkt kannst du ganz hart für mich hier gewesen sein mhm bitten hatte wie er meine position ich brauche ganz dringend an meiner position unterstützung aber ich bin schon krass wie ich faggots wow boah jetzt wird er aber beleidigen ne jetzt wird er beleidigen mein lieber sorry aber da melde ich dich gleich mal auf youtube das geht nicht dass du dass du in meinem video solche wörter benutzt das möchte ich hier nicht sehen oben offen lass den einfach weiter schreiben der soll sich oben offen oben offen er ist raus auf mich wird irgendwie naja auf mich wird geschossen er hat mich halt getroffen ne hier in der decke was im sack alter guck das genau das auf das habe ich gewartet das war gut ja mir juckt eigentlich was zu deinem selbstgespräch lauras und wenn er sich halt richtig anstellt dann macht er sich sogar noch die die clan größten zum feind äh die die server größten du bist trotzdem noch offen rum ne naja ist offen ich weiß wenn wir da keine keine splittergranate reinwerfen oder so da hätte ich echt Bock drauf so ist zu wieder er ist draußen aber draußen boah ich hab den nix schreiben oh mein gott ich hab den mit der pistol gehetshottet gerade ohne visier da down ne 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 nicht ne 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 aber alter das das müsst ihr sehen ohne witz ich hab einfach rüber geschossen er ist auf der hinteren seite also so ich mach nur noch 18 explosives und dann fang ich mit c4 an er ist wieder da der schießt mit dem raketenwerfer oder waren das brennpfeile das sieht mir aus wie brennpfeile dann brennpfeile der hat nicht mal was ich sollte die pistol nehmen damit triff ich besser ja das sind brennpfeile bei ihm daneben du sackfalte Sackfalte what Entschuldigung hallo hallo schießt von da oben naja schießt auf mich weißt wo ich sitze wenn ich jetzt ranrennen würde würde er es nicht sehen aber ich riskiere es mal nicht ne das bringt es ja nicht du kommst ja nicht hoch ja deswegen ja äh außer du hast dir nen Allah-wakba-gürtel umgeschnitten verschießt euch alles was du hast mein freund Usak bitte sagt das gibts hier ne leider nicht das wäre der Ding du kannst dich von nem anderen mit c4 an bewerben lassen und los dann echt ja das ist auch gut ja das läuft dann weißt du was wir machen geht bald die Scharfschützenmonie aus das ist nicht so geil er ist wieder drin hm alter ich hab den mit der Pistel geheadshotet ohne Witz das müsst ihr euch angucken wow weißt du mit dem Scharfschützengewehr mit vierfach zoom nö keinen Bock machen wir heute nicht Pistel ich schieß dreimal und auf einmal flatsch ja ich hab leider auch kein kein Gefühl dafür wie viel äh oder was für ein für ein Bullet Drop es gibt auf der Distanz keine Ahnung weiß ich auch nicht so c4 wird gebaut wie lange dauert das das dauert jetzt ähm 30 Sekunden pro c4 ah super das heißt ich lauf jetzt zurück und rüste mich schon mal aus weil ich nehm die dicke Panzerrüstung mit ja und dann lauf ich halt immer ran und deck das c4 drauf ja was du dir alles craften kannst ey ja ja ich bin der Bauplanmeister ja der kann alles anders hätte ich mir auch nicht vorgestellt ich bin fürs pvp da und Rusok baut hörs mein Freund komm raus mein Freund komm bau dich so strobe Schatzi komm mal noch mal raus hier komm 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 mal noch mal raus komm 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 mal noch mal raus komm komm mal raus komm komm mal raus komm mal raus komm und dann bist du blatt mein Freund brauch ich denn Teppich oben warum ist ja ist ja unbequem gerade ja irgendwie schon ne ich meine ich sitze mach zuhause gleich mal noch ein paar Spritzen dann ja während ich mich ausrüste ja ja alles gut na gut ok oh ein Geschenk danke nicht aufmachen nicht aufmachen stolz die sammeln wir mach mal ein großes draus kannst du ihn in dem BBQ legen du hast es wieder ähm ne es ist wieder abgeschmiert aha ich nicht ey ich hab nen total scheiß PC und bei dir steht ständig Rustab äh Sammy ja sag mal PC neu starten mit einem anderen mit einem Problemmoment im Leben oh Rusok ja Status tschüss äh C4 ist fertig ich muss jetzt die Plattenrüstung machen dann mach ich noch Medi Spritzen und dann bin ich da sehr gut na gib mal Gäste ach kettisch aber lass den doch noch ein bisschen bangen ist doch viel witziger ja nicht für mich ich will da jetzt rein also ich will da mit rein holen holen ich will den Loot willst du dich in die Luft sprengen ja ich will doch nur den Loot oh jetzt bin ich beim Sonntag gefallen ja der hat auf jeden Fall ein bisschen was an Loot sowieso ausschaut ne ja der droppt das sowieso gerade ja das bleibt aber für 10 Minuten glaube ich ist das ne für 2 Stunden glaube ich bleibt der Dropp liegen ok komm schon du hast mach keinen Scheiß hier ha 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 Mensch so geht ne Nachbarschaftsliebe dahin ja selber schuld und wenn er so behindert ist und dafür schießt na wow ich sollte mal nachladen ok salzwasser trinken ist nicht so klug ich hab immer Wasser getrunken egal was das war ich hatte nie Probleme hey ich verliert durchs Leben ok vergessen los so dann machen wir jetzt noch spritzen so mein Freund huhu hier bin ich weiß eh wo ich bin los ich könnte das noch einen Header drücken du mach mal 20 spritzen ja so das könnte ich auch wa ne mach mal den Kopf zu nö du weißt gar nicht wo ich bin nein nur nicht weißt was ne na auf bis genau tschau ja weiter ein Stückchen weiter links darf du mich nicht so viel zum Tee ne die ne ne löwe ne ne also ey schau mal ob ich hier unten noch ein bisschen Muni ha ich glaube nicht oder ne Setschel oder so weißt was bitter wäre wenn er jetzt rauskommen würde high velocity Pistol Ammo eigentlich tatsächlich auch noch auf jeden Fall hat er grad seine Dinge zum Muni verschossen seine was Muni? seine Brand Muni ne 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 das waren Pfeile das waren nur Pfeile du das ist mir auch recht das ist uninteressant der traut sich halt einfach nicht raus ne der Typ ja klar der weißt du wie viele wir sind ja äh 5 8 so 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 next try jetzt mich auf den laufenden der semi mit Burner bitte du sollst mich auf den laufenden halten mit Burner wo bist du denn da? warte im Supermarkt oh schüsse auf mich schüsse auf dich? ja aber ordentlich von dem Typen oder was? ne hinter mir hinter mir in Richtung Gas Station hilf mir mal ja ich komm rüber ja ich bin down was? der ist oben auf dem Turm drauf hilf mir der ist auf dem Turm hilf mir komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm fireball small alter ich such mein bestes dein fucking answer meine ganzen Waffen jetzt den musst du holen blöwe what? von wo kam der denn alter? alter wie was alter? ey der stirbt einfach nicht Sammy hol ihn dir ja der hat meine Waffen alter oh mein Gott nun hier ne neue Waffen zu kriegen ist so schwierig in der fucking Base Alter ich hätte ihn sogar noch dann no fucking way ohne Witz was war das denn? keine Ahnung hast du ihn Sammy? ne wo ist er hin? wo ist er hin? wo sagt du bist gemuted? wir haben Hilfe achso ja wie heißt denn der der euch getötet hat? snowball irgendwas fireball ja fireball genau das ist das was mich gesagte wa? ja aber dann lass ich das Zeug hier nicht dass ich das jetzt auch verliere ja ja bloß nicht mitnehmen haben wir mal mein Zeug wieder oh mein Gott wie komm ich denn hier hoch jetzt? ich bin tot was? strobo hat mich getötet der hat nen mate geholt wundervoll der hat nen mate gold oh ich komm hier nicht aus dem Fenster raus oh mein Gott ich komm nicht raus hier oh oh diese Base ist so scheiße das glaubst du gar nicht ja dann geh er durch den Haupteingang oh man ey ehrlich oh lieber wie konnte sich der denn anschleichen du Junge keine Ahnung mehr oh mein Gott oh man jetzt hängt der Mauszeuge hin jetzt hab ich aber wieder den Mauszeuge hin ja wow dieses Spiel ist so kaputt der Sawsack hat sich von hinten an angeschlichen bei mir alter irgendwie er da wo muss ich hin? haben wir aktuell nen Vision auf den? ne weder auf strobo noch äh mit anderen Typen da läuft einer da unten springt ma ich bin bei dem raided chill ja ist gut äh nochmal springen nochmal springen nochmal springen nochmal springen ja gut ok riesen weiß ach so ich hab schon Riesenpimmel alter ich hab's das falsch gelesen dein Ding die hol ich mir nur wieder meine Paffen alter hm das will ich sein Moment hol ich mir wieder aber in dem Nebel siehst du nichts ey ne was ist das schlimmste ich bin jetzt im prinzip fast bei der neuen base auf der anderen seite der straße und wollte jetzt von hinten mal gucken aber er hatte mich nicht gefinished ich bin so gestorben war der mauszeiger ist jetzt aber nicht dein ernst oder sami springen wir bitte noch mal springen alle ich glaube da hinten ja ja an unserem turm in der nähe ist jemand ja da ist gerade gesprungen er hat einfach nicht gelootet ne ja weil er sich nicht raustraut ja aber der andere hatte mich gelooten da liegt nur einer blut ist so gerade ich habe mich gerade gelootet bringt man springt man und ich bin jetzt nicht hier ist mir eben schnell wieder aus jetzt ist auf einmal freund ich bin jetzt von der base aus zu dem zu unserem tower er hat aber auch noch mal eine gute muni gelootet warum die waffen sollt er drin gelassen oder was ja ja ne die waffen ist nene bei mir aber ich habe noch alles gehabt bis auf die eine die ich in der hand hatte er hat im endeffekt nichts wichtiges gelootet bei mir ja auch nicht wahr ja gut die waffen natürlich alle bei mir hat er wie gesagt alles umgelassen naja viel mehr hattest du ja nicht bei naja der hat nicht mal meine pistol money mitgenommen ja wozu das ist ja nichts wert naja der hat mich mit einer pistol gekillt was heißt das ist nichts wert ich könnte ja essen vertragen es gibt keinen auf dem server der so heißt wie Feuerball gibt es nicht du bist genau bei ihm an der base dann hat er sich umbenannt nein ich bin nicht bei uns an der base ne bei uns bin ich bin nicht er ist bei ihm an der base ja der ist bei ihm an der base wo genau löwe eingang ich glaube ich sehe ihn auch oben drauf kann das sein ne das ist mich auf dem turm ne auf dem turm bin ich ich komme von hinter dir weil ich sehe nichts mit dem fucking visier hier da läuft einer zu seiner base bin ich folg dir mal bist du jetzt an seiner base ich bin an seiner base ich bin down one hit headshot was aber von wo bolt rifle entity von tomb boom was 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 ha ha Untertitelung des ZDF, 2020